So, jetzt machen wir ein kleines Experiment. Dieser Außenposten hier im Nock, der wird irgendwann, diese Stadt hier, die Unabhängige wird irgendwann weg sein, die ist in Niedergang, nach ein paar Runden ist die Futsch. Und das wittern wir bereits, deshalb ziehen wir mit diesem Trupp hier runter, bereiten uns darauf vor, hier demnächst mal hinzuziehen und zu versuchen, das zu übernehmen, was auch immer zu machen. Auf Twitch zeichnen wir auch für YouTube, da haben wir lange diskutiert. Ich bilde mir ein, wir hatten das mal in einem früheren Let's Play so gehabt, dass wenn man einen Außenposten, wenn die Stadt wegfällt, ist das Gebiet ja weg, genau hier drauf setzt, auf das Feld, wo die Stadt vorher war, dann würden die Bezirke wiederkommen, aber ich bin mir nicht genau sicher. Das Teratorium ist mäßig spannend, es gibt keine Luxusressourcen, keine strategischen Ressourcen, ich will aber wissen, ob das klappt. Ich will wissen, wie das funktioniert. Spielentscheidend ist das nicht. Also, ob das jetzt klappt oder nicht, ich will es rauskriegen, wie funktioniert das. Eine Sache machen wir noch vorher, die Armee zieht runter, um noch den Außenposten zu gründen. Wir stellen wir in Moria noch schnell eine Kogge rein, die wird einmal vorgezogen, die soll hier entstehen und die sollen dann nach links ziehen und das war es dann auch schon. Und jetzt eins weiter. Chat meint, WB ist eine Experimentierlaune. Ja, so ist es. Bevölkerungszunahme neuer Groll verfügbar gegenüber den Norman, den ehemaligen Bititern. Das ignorieren wir erstmal, wollen im Augenblick friedlich mit denen spielen. Irgendwann gucken wir uns das mal an. Wir wollen die zwar nicht unbedingt angreifen, aber ich hätte nichts dagegen, die zu provozieren. Wir können uns demnächst nochmal, wenn wir bessere Truppen haben und die an der Grenze postiert haben, die nochmal provozieren. Dann können wir uns um dieses Event hier, Land und Freiheit. Neue Civic, neue Verordnung wird freigeschaltet, Großgrundbesitz. Da könnten wir 40 Nahrung im Schnitt pro Gebiet dazubekommen, pro Stadt dazubekommen. Die meisten haben vier Gebiete, das ist eine coole Sache. Schieben wir auf später. Ich will erstmal im Nordwesten noch eine Stadt bei Einfluss dazu holen und das hier ignorieren wir, weil wir haben so viel Einfluss, die wir kaum ausgeben können. Ich will nicht mit Geld Gebiete holen, schon mit Einfluss. Das finde ich klüger. Das ignorieren wir mal. Dann haben wir eine Stadt, die nichts zu tun haben. Das ist Minas Mubul. Wir setzen nochmal ein Lagerhaus hier unten hin. Das hatten wir vorbereitet durch den Bau eines Bezirkes. Dann setzen wir noch einen Weiler hier oben in die Ecke hin. Dann haben wir alle Weiler fertig. Danke an Nif Rams. Es ist mir eine Ehre. Danke dir für ein Jahr vollgemacht als Abonnent hier. Sehr, sehr lieb. Danke, was du schreibst. Danke für ein Jahr treu hier eine Farm Software. Jetzt schauen wir hier unten an, wie sich die Situation entwickelt hat. Das ist weg. Das Gebiet ist verschwunden. Jetzt ziehen wir mit der Armee hier drauf und gucken mal, ob wir es schaffen, direkt hier drauf ein Außenposten zu setzen und was dann passieren würde. Ob dann die Bezirke wiederkommen. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal rauskriegen. Ist so ein Gerücht. Ein Gerücht, was ich mir selber ins Ohr flüstere, dass das möglich sein könnte. Die sind ein bisschen beschädigt. Die hatten ja eigentlich Abenteuer zu viel erlebt. Hallo Topaz. So viel verpasst. Kommt neu rein hier und bewundert die Musik. Einmal heilen. Mit denen ziehen wir an Land hier. Dann geht es wieder eine Runde weiter. Hier oben melden sich die Ghana. Was haben die denn? Worum geht es denn? Das müssen wir wieder raten. Irgendwas ist los. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Gibt es hier unten eine Nachricht? Irgendwas war hier los. Wir können auch kein weiteres Abkommen schließen. Ich habe keine Ahnung. Die Ghana melden sich bei uns. Vielleicht sind neue Luxusressourcen verfügbar. Ich kann meinung ist jetzt mal Misstrauisch. Was war es vorher? Ich glaube auch Misstrauisch oder Vorsichtig. Ich weiß es nicht. Und dann warten wir noch mit Handel, bis wir in zwei Runden erforscht haben die Gilder. Dann können wir besser Luxusressourcen handeln. Eine Runde weiter einfach nur. Gucken, wer hier früher zuschlägt. Eine Pochenstern, ein weiterer Bürger dazugekommen. Ich hoffe für deinem Grund, dass diese Azteken freundlich sein werden. Die letzte Sache, was du möchtest, ist, dass sie ihre Krieg sein werden. Wir haben die Azteken kennengelernt. Bevölkerungszunahme irgendwo. Die haben eine Wahrzeichen kennengelernt in die Ghana. Das haben die komplett aufgedeckt. Eine Frage der Diplomatie. Die Azteken melden sich bei uns zu Wort. Das ist, wo ich dich begrüße. Ich empfasse dich das Wunder meiner Menschen und erzähle dir meine Ambitionen? Nein? Vielleicht. Grüezi. Ich bin kalt und schmerzhaft, schmerzhaft, passioniert. All die höchsten Komplimente. Sobald wir ehrlich und ehrlich sind, können wir wunderschöne Dinge machen. Ich höre. Sie sind deutlich überlegen. Sie sind rachsüchtig. Allerdings auch loyal. Verbündete für uns. Potenziell Allianzpartner. Wir müssen ihnen aber auch immer treu sein. Kämpfen ansonsten bis zum Tode. Handel, Abkommen, Schatten, Luxusgüter, Freiheit, dass man die mit ihnen handeln kann, schlagen es ihnen vor. Hier ist eine Proposal, um dein Herz zu fahren. Das funktioniert. Du hast ein Deal. Kein Überraschung, dass es ein Freude mit dir zu sprechen ist. Man bedankt sich. Wechselseitig höflich. Wir könnten uns Ressourcen holen für teuer Geld. Machen das noch nicht. Sparen noch Geld ein, weil wir erst die Forschung abschließen wollen, die dazugehörige. Das ist das Reich der Mykena. Jetzt sehen wir auch alle Luxusressourcen von denen und wo die sind. Die sind südöstlich von unserem blauen Reiche. Der Korge ziehen wir vor. Mit denen hier ziehen wir auch mal rüber. Wir schauen mal, ob wir hier nicht noch einen Außenposten errichten. Mit denen schauen wir mal. Wir kommen wahrscheinlich... Ja, hier entstehen jetzt Ruinen. Überall Ruinen. Jetzt bauen wir genau hier gleich einen Außenposten, wenn die uns nicht zuvor kommen. Und schauen mal, ob die dann irgendwie wieder entstehen, die Bezirke. Ich bilde immer ein, das hätten wir mal gemacht. Aber kann auch sein, das war bei dem Kriegsgegner im letzten Let's Play. Das war glaube ich unmittelbar, nachdem die eingenommen wurden. Kann sein, dass das immer ein bisschen anders funktioniert. Das kriegen wir gleich gemeinsam raus. Wir machen ein kleines Experiment. Und mit denen ziehen wir einmal ein Land bitte. Und eine Runde weiter. Jetzt bin ich sehr gespannt hier. Wir setzen mal einen Außenposten hier drauf und... Aha. Das hatten wir eben nicht. Wald können wir jetzt durchführen. Achso, weil die Forschung abgeschlossen ist. Gilden aufforsten jetzt möglich. Minus 10 Verschmutzung und Handel verbessert. Der entsteht hier über Zeit. Der ist schon da. Ah, der Außenposten ist sofort da. Also okay, jetzt habe ich kapiert. Also wenn man auf eine Ruinenstadt auf genau der Verwaltung sitzt oder der Stadtgebiet wieder drauf setzt, dann ist der Außenposten sofort wieder da und entsteht nicht mehr über Zeit. Das haben wir jetzt kennengelernt. Das haben wir jetzt rausbekommen. Aber die Bezirke bleiben trotzdem weg. Die kommen nicht wieder. Nur der Außenposten ist sofort wieder da. Das haben wir jetzt rausbekommen. Mhm. Sehr interessant. Jetzt könnten wir noch einen Hafen dazukaufen. Das hat alles Zeit. Armee bleibt hier mal unten stehen. Und es gibt viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Neuigkeiten von den Grenzen von den Azteken. Nicht Angriffspakt. Ja, ich würde gerne umfassen mit den Handeln. Wir wollen friedlich spielen. Die Azteken haben sich einen Ruf erarbeitet, auch in der richtigen Geschichte, dass sie stets ein total friedliches Volk waren. Das auf ganz friedliche Weise ihren Kriegsgefangenen bei lebendigem Leib mit einer Obsidian-Klinge von ihren Priestern das zuckene Herz aus dem Leib geschnitten hat. Oder verwechsel ich das mit den Majern? Dann wirft die so schnell durcheinander. Die sind alle so herzlich. Zumindest die Priester. Sehr herzliche Menschen. Wir machen mal einen Nicht-Angriffspakt. Nehmen wir an, einen Gegenvorschlag. Geld. Viel Geld, aber wir wollen einen Handelspartner haben. Das ist sehr glücklich. Ich bin glücklich, dass wir hier zusammen zusammen zusammenkommen sind. Wir können Ihnen demnächst noch einen Vorschlag machen, aber noch nicht. Und dann melden sich noch die Ghana. Sind immer noch misstrauisch. Ach, wir können ein neues Abkommen machen. Dann gehen wir mal hoch auf umfassenden Handel. Oder dass wir Glauben und Ideen austauschen. Wir gehen mal auf umfassenden Handel hoch. Von Geld dafür haben. Nein. Müssen ich schon selber machen. Neue Forschung. Forscher sind untätig. Wir hatten gerade die Gilden fertig gemacht. Jetzt gehen wir auf die Alchemie. Das ist schon schräg, ne? Wir haben die dritte Epoche noch nicht zu Ende erforscht. Selbst aus der zweiten noch nicht alles. Und wechseln gleich hier rüber in die fünfte. Das ist schon krass. Obwohl wir beim Thema Forschung mutmaßlich die mit Abstand führenden sind hier. Alchemie holen wir uns gleich. Und jetzt können wir diese Gebäude noch bauen. Konsumwarenmarkt. Mehr Geld für Händler. Und Saboteure. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Einfach mal bauen und einsetzen. Gucken, ob wir die nur bei Feinden einsetzen können. Und damit können wir ab sofort Geld und Luxusressourcen billiger kaufen. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Das wollen wir. Waren ich noch irgendwas mit Luxusressourcen billiger? Ich glaube nicht. Jetzt mal rüber zur Alchemie. Die Weisheit der anderen. Wissensmonopol. Ja, ist die Frage, wir gehen mit dem Wissen um, dass wir in fremden Ländern kennenlernen. Mehr Wissenschaft pro Forscher. Mehr Wissenschaft für die Anzahl an Handelsrouten. Beides cool. Beides cool. Alles cool. Da können wir haufenweise unsere Einflusspunkte verbraten hier. Machen wir alles noch. Jetzt checken wir vorher was anderes. Wir haben hier Stadtlimit bei 6. Und Huciayo ist im Zenit. Hat ein paar Bezirke. Hunderte Einfluss. Dann holen wir uns die neue Stadt. Und dann können wir die von Muria aus anschließen. Ich speichere einmal ab mit F5. Weil die Kosten werden einem vorher nicht angezeigt. Gehen einmal hier hin. Und geben hier einmal 200 Gold aus. Jetzt bekommen wir die siebte Stadt. Da ist sie. Mit vielen Territorien. Jetzt klicken wir auf Muria. Und gemeinen die einen für 3.329. Das ist mal ein teurer Spaß hier. Über den Außenposten wäre es billiger gewesen. Hätte nur einfach abwarten können bis sie wieder futsch sind. Wegen den bar Bezirken. Lohnt sich das? So viel Einfluss ausgeben. Wie teuer ist das denn hier unten einen Außenposten anzuschließen? Von einer größeren Stadt wie hier. Wie Antja. Die Außenposten ist schon fertig. Antja ist auch ein Minus Mubul. Kostet auch Einfluss. Ein bisschen weniger ist aber auch teuer. Na aber die 1000 Einfluss waren krass. Den Außenposten setzen hätte vielleicht 200 gekostet. Da haben wir 800 verloren als wir uns die Stadt geclaimt haben. Also man verliert so im Schnitt sagen wir mal so um die Minimum 2000 Einflüsse. Eher zweieinhalb. Das sind 5 Runden. Das ist das wert. 5 Runden und dafür die 3 Bürger und die vielen Bezirke. Was haben wir denn hier alles? Ein Vergenügungsviertel. 65 Industrie. Ach ist schon eine Menge da. Die Flüsse gehen in Stabilität. Ach wir machen das mal. Dann holen wir uns von Muria die Stadt hier dazu. Von Muria oder von Meerbull aus. Von Muria aus. Einmal hier hin bitte. Zack. All das schöne. All die schönen Einflusspunkte wieder futsch. Jetzt sind wir wieder nur eine Stadt mehr im Limit und müssen nur plus 10 an Strafe zahlen. Generieren wieder 100 mehr an Einfluss als nur vor wenigen Augenblicken. Die Stadt hat jetzt 29 Bürger. Bis zu 40 können zusammenkommen. Stabilität geht Richtung 73 runter. Und jetzt können wir hier oben auch ein Lagerhaus bauen. Hier ist kein Hafen. Sollten wir da erstmal einen Hafen hinsetzen. 24, 33. 27. Könnten wir direkt daneben das VOC Lagerhaus machen. Würden wir 6 verlieren. 6 Einfluss. Hier können wir es hinsetzen. Und hier direkt das Lagerhaus. Ansonsten müssen wir uns erst hier runter bauen. Die 6 sind kaum im Unterschied. Wie sieht es aus mit anderen Ressourcen? Wissenschaft nirgendwo. Dann setzen wir den Hafen hier links hin. Da kommt er hin. Da könnte man allerdings auch ein Marktviertel drum herum hinsetzen. Auf einmal machen wir es mal hier. Da kommt er hin. Und als nächstes setzen wir dann das Lagerhaus hier hin. Das profitiert davon. Dann geht die Stabilität natürlich weiter in den Keller. Runter auf 53. Aber wir holen uns erstmal die ganzen anderen. Achso. Und einen Weiler können wir noch setzen. In vielen Territorien können wir noch Weiler setzen. 34, 15. Das machen wir gerne. Das schließt auch viele Flussfelder, die dann noch extra Stabilität geben. Das haben wir ja als Bonus. Das haben wir in der Reihenfolge. Das VOC Lagerhaus muss auch bald gebaut sein. Hier unten können wir auch eins hinsetzen. Da ziehen wir das vor. Achja stimmt. Dafür hatten wir ja gebaut. Das kommt hier hin. In dieser Reihenfolge. Das kostet jetzt jede Menge Stabilität. 40 geht es runter. Aber wir werden gleich ja noch Luxusressourcen hinzuholen. Das geht schon. So. Dann. Weiler können wir nachher noch weitere bauen. Weitere Städte, die nichts zu tun haben. Danke an Sascha Börth für das allererste Abo. Willkommen hier Sascha. Liebe Grüße an dich, lieber Sascha. Und in Minas Stierid. Ja, da haben wir nicht coole Plätze. Wir haben kein... Das lohnt sich alles nicht. Das ist alles Quark. Wir haben keine Hafenstadt hier. Weiler kann man noch setzen. Stabilität geht auf 58. Da unten einen hin. Ja. 1621. Und dann hatten wir noch neue Gebäude gerade freigestaltet durch Forschung. Das waren eines. Der Konsumwarenmarkt. Plus 2. Gold für Händler. Um die 6 Händler. Brechte nochmal 12 mehr. Kann man machen. Ist nicht so sensationell. Kriegt man aber hin. Geht auch fix, ne? Dauert doch etwas. Hatten wir Kosten ein bisschen. Machen wir später. Die Stadt noch. Mullenforte. Gerade gebaut. Ein Hafen. Dann wäre der nächste Schritt ein VOC-Lagerhaus, wie ich uns kenne. Hier hinten. Genau. Mhm. Sehr schön. Das bringt nicht wirklich was. Einmal keinen Hafen. Weiler sind noch möglich. Ein hier vorne hin. Neuigkeiten vor den Grenzen. Die Garnahe melden sich. Worum geht's? Hatten wir das gerade schon? Ich glaube, das ist das, was wir gerade schon hatten, ne? Jetzt ziehen wir noch mit Armeen. Und jetzt gucken wir uns aber erstmal um den Handel. Wir wollen ganz viel Geld einnehmen. Und das machen wir jetzt wie folgt. Wir checken nochmal kurz alle Vor- und Nachteile. Religion. Dokumentbildschirm. Plus 2 Geld pro Anzahl an Handelsrouten auf Stadt- oder Außenposten. Das gilt, glaube ich, auch für eigene Handelsrouten, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und dann haben wir noch bei der Politik, bei den Verordnungen, haben wir dann noch irgendwas mit Handel? Ich glaube nicht. Ach, wir haben zu wenig, um noch was abzuschließen. Ich glaube, wir haben nichts mehr mit Handel hier. Das müssen wir irgendwann machen. Das machen wir mal als erstes. Das spart Kosten. Ich glaube, mit Handel hatten wir nichts mehr. Das heißt, wir holen uns jetzt Luxusressourcen. Und wir holen jetzt die, wo wir stabile Beziehungen haben zu anderen Reichen. Also klar ist, die fallen nicht immer weg. Eine Möglichkeit, also Leute, mit denen wir alliiert sind oder gut befreundet oder irgendwas in der Art. Und Leute, die direkt an unseren Grenzen liegen, wo also die keine Transitstaaten haben. Wo die Handelsrouten durchlaufen, wo die eventuell gekippt werden könnten, weil da irgendjemanden Ärger macht. Also solch eine Möglichkeit auch nicht. Naheliegend wäre natürlich der Allianzpartner hier. Da klappt es auf jeden Fall. Ich gucke mal, was man da machen kann. Dann nochmal Tee hinzufügen. Bringt nochmal mehr Nahrung. Und kostet nur 176. Wir haben ganz viel Geld auf der hohen Kante. Wir hatten, glaube ich, auch ein cooles Abkommen. Zollunion vorschlagen. Dann sparen wir ganz viel Geld noch, wenn er das annimmt. Hier ist eine Proposal, um dein Herz zu rennen. Eine gute Proposal. Okay, ich akzeptiere es. So nett, wenn Dinge gut für mich sind und schlecht sind. 50, 196 waren es vorher. Okay, dann ist ja doch ein ordentlicher Unterschied. Dann machen wir das einmal hier. Dann machen wir das auch mit den anderen Geschichten. Edelsteine bringen uns mehr Stabilität und mehr Geld. Das ist schon ein bisschen teurer. Wir gucken mal beim Gold hier unten. Das Ebenholz haben wir schon. Billiger kommen wir da kaum ran. Jetzt sollte die Stabilität deutlich verbessert sein. Und wir haben 639 Gold jede Runde. Wenn wir Glück haben, ist das bis zum Ende der Partie so. Jetzt schauen wir mal kurz, wie die Stabilität sich jetzt verändert hat. Es geht Richtung 66 rauf. Hauptstadt geht 100. 82 geht es rauf. 51, 97 sehr gut. Dadurch generieren wir auch mehr Einfluss gleich, weil die Einflusspunkte auch davon abhängen, wie viele Bürger in Städten leben, die ab 91 Stabilität unteraufwärts haben. Dann gucken wir uns die anderen potenziellen Handelspartner noch an. Die Grünen hier. Da könnte der Krieg unterbrochen werden, wenn wir mit den Pinken mal wieder einen Krieg haben. Das kommt auch an, wo es hindurch läuft. Wie sieht das mit denen hier aus? Wenn wir hier eine Handelsroute mal aktivieren. Mit den Azteken. Luxusgüterhandel. Das ist sehr billig. Und wo lief die Handelsroute lang? Nicht durch Feinterritorium. Lass uns das noch machen. 130. Bringt uns... Nahrung, Nahrung, Nahrung. Wann haben wir denn die Technologie Menzenatentum erforscht? Wann kommt denn die? Weil man dann ab einem gewissen Mindestbetrag an Luxusressourcen unglaublich viele Extraboni bekommt. Das kann doch nicht mehr lange weg sein. Hier unten. Da ist sie schon. Dann kriegen wir noch sattere zusätzliche Boni. Nichter Angriffspakt haben wir. Also das ist schon sicher. Das kann man machen. Einmal Salz bitte. 130. 150. Porzellan. Bringt Stabilität und Geld. Das ist gleich teurer. Kaffee. Bringt Nahrung und Stabilität. Das ist billiger. Was ist beim Gold? Bringt wieder Geld. Ist sehr teuer. Farbstoff. Bringt mehr Produktion. Hui. Und ist sehr billig. Impressiv. Ein kulturelles Wunder. Ziehen wir den Kaffee noch durch. Noch mehr Nahrung. Porzellan. Und haben wir den alles abgekauft was sie haben. Und jetzt müssen wir in Stabilität schwimmen. Geld haben wir immer noch stolze. 4000 knapp. Und verdienen mittlerweile 1000 pro Runde. Etwa 300 mehr als eben. Weil viele dieser Ressourcen die wir eingekauft haben. Die haben auch die Gelderträge boostet. Danke an Wolli. Wollitz. Danke dir für das erste Abo hier. Willkommen Wolli. Liebe Grüße an dich. Und wir hatten eben Minus Stiri. Das war glaube ich so. Ja Stabilität geht auf 100 hoch. Das ist super gut. Weil das gibt mittelbar auch mehr Einfluss. Weil es geht. Sobald die Stabilität überall ab 91 Prozent und mehr ist. Gibt jeder Bürger einen zusätzlichen Einflusspunkt noch. Jetzt müssen wir uns eigentlich nicht unbedingt derzeit um Einfluss mehr Sorgen machen. Das geht überall satt hoch. Und die anderen Sachen lassen wir erstmal weg. Darum kümmern wir uns später. Sehr schön. Großartig. Alles zauberhaft. Super Stabilität. Mit denen wollten wir ins Wasser ziehen. Mit denen hier vorne. Wollten wir raufziehen und noch mehr Erkundung machen. Alle Hände zur Station. Oh. Da können wir eine Entdeckung machen. Ja. Die ist wieder ausgeheilt. Die könnten wir die Küstenlinien mal erforschen. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt mit denen. Da sollte also eigentlich nichts passieren. Und weil wir die ersten sind, die über die Hochsee fahren, könnte es sogar sein. Mit offenen Grenzen haben wir noch nicht. Könnte es sogar sein, dass wir noch coole Entdeckungen schaffen. Was sollten wir denn mit denen? Achso. Das sind die neuen, die wir gerade dazubekommen haben. Die haben wir gerade bekommen, als wir die Stadt annektiert haben. Wir werden immer mächtiger hier. Das sind so billige Einheiten. Die können wir auch alle auflösen. Die Krieger lösen wir mal auf. Die geben dann der Stadt weitere Bürgerpunkte. Jetzt müssen wir noch kurz nachdenken. Da war irgendwas mit Nahrungsüberschüssen. Das war in Bullenforte das Weltwunder. Das war eine heilige Städte hier unten. Der Obelisk der Götter. Wo hat man nochmal das Weltwunder gebaut? Ne. Das war in Muria. Eins entsteht hier gerade. Das ist Machu Picchu. Und die Nahrungserträge in der Stadt. 50% dafür gehen woanders hin, sobald wir das fertig haben. Das heißt, davon würden 130 Nahrungen woanders immer entstehen. Das ist schon gut. Dann brauchen wir allerdings hier die Bürger nicht unbedingt vor Ort. Weil die können nicht als Bauern, doch die würden wir als Bauern arbeiten lassen. Ich löse die mal hier auf. Oder sollen wir die hier auflösen? Hier haben wir mehr davon. Hier sind mehr Arbeitsplätze frei. Mit denen können wir eh keinen Start mehr machen. Die werden wir nie und nur mal aufleveln. Die ziehen wir einfach beide runter. Die lösen wir hier unten auf. Dann haben die Neuburger Punkte da. Und es gilt auch für den, den können wir im Prinzip auch auflösen. Den würden wir dann hier unten auflösen. Wir wollten eigentlich oben scouten gehen, aber ich weiß nicht. Truppen kommen wir auch. Der geht schnell durch Wald durch. Wenn, dann wollten wir hier oben, glaube ich, scouten. Na, da wollten wir hinziehen und hier gucken gehen. Genau, das wollten wir. Dann gehen wir hier mal in den Hafen rein. Einmal hier hin erstmal. Und eine Runde weiter wieder. Gerne, Aspro. Vielen Dank für den freundlichen Satz. Und haben wir jetzt alles in dieser Runde gemacht? Ich denke ja. Boah, noch zwei Sterne. Da geht es ein Level ab rauf nach oben. Haben einen Außenposten hier unten gegründet. Ich würde aber sagen, wir haben mehr davon. Also zu einem Außenposten setzen okay. Aber ich würde ganz gerne jetzt ein paar Verordnungen raushauen. Dafür mal ein bisschen Einfluss nutzen. Weil es gibt sehr coole Bohne, die wir eben entdeckt haben. Und die Städte, klar, wir können die Städte noch weiter hier ergänzen. Und noch weitere Gebiete hinzufügen. Hier ist, glaube ich, noch ein Außenposten. Weil 1750 den Angliedern und so. Und hier unten auch. Ich glaube, mit ein paar mehr Verordnungen haben wir erstmal mehr. Aber wir freuen uns trotzdem darüber, dass wir hier den Außenposten gegründet haben. Und hier einen neuen Verwaltungsdistrikt haben. Aber so langsam würde ich mal Richtung Verordnung gehen. Da können wir ordentlich noch was abgreifen. An Boni.